Wissen Sie eigentlich, was SEPA mit Ihrem Zahlungsverkehr zu tun hat? Ab dem 1. Februar 2014 lösen die SEPA-Zahlverfahren die bisherigen nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren endgültig ab. SEPA, das ist die Bezeichnung für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum. Damit wird eine Brücke gebaut, die In- und Auslandszahlungen in Europa in eine einheitliche Form bringt. Dafür sorgt unter anderem die IBAN, die neue internationale Kontonummer. Sie besteht aus einem Ländercode, einer Prüfziffer, ihrer Bankleitzahl und ihrer bisherigen Kontonummer. Mit diesen 22 Zeichen verleiht SEPA dem Sicherheitsaspekt noch mehr Gewicht. Bei uns, den Volksbanken Raiffeisenbanken, wird bereits von Anfang an alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Denn wir haben für Sie die SEPA-Zahlverfahren als erste nationale Bankengruppe in Deutschland eingeführt. Für Ihre private Kontoführung erfolgen alle Anpassungen auf SEPA automatisch. Mit den Volksbanken Raiffeisenbanken ist die Umstellung auch für Firmen und Vereine kein Problem. Denn wir bieten Ihnen ganzheitliche Beratung im Zahlungsverkehr. Kommen Sie zu uns in eine Filiale in Ihrer Nähe und lassen Sie sich über alle Details informieren.